Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wochenorakel in Zeitraum von 30. Oktober bis 5. November 2017 Was erwartet uns in diesem Zeitraum? Das lese ich aus dem Lönumartkarten aus. Das große Kartenblatt ist sichtbar. Sie können gerne nachvollziehen. Wir sollen Gedanken machen über die beruflichen Situationen. Da läuft etwas falsch und es zeigt die Fuchs an. Das kann auch eine falsche weibliche Person sein. Das ist Schlange und Fuchs zusammen. Kann auch bedeuten, dass wir unsere beruflichen Ziele durch Umwegen erreichen. Dann ist die Schlange kein Personenkarte, sondern zeigt Umwegen an. Die Karte, Saal und Brief deutet auf eine Kündigung hin. Ich möchte nicht behaupten, dass jede Einzelne jetzt gekündigt wird oder kündigen soll. Aber wir sollen überlegen, ist es wirklich der richtige Arbeitsplatz? Ist es wirklich die wahre Berufung? Oder wäre klug eine berufliche Veränderung? Etwas sollten wir überprüfen in beruflichen Situationen, weil etwas läuft falsch oder wir begegnen uns im Arbeitsplatz mit einer falschen weiblichen Person. Eine Nachricht oder Neuigkeiten, und das ist sehr angenehm, ist in den nächsten Tagen zum Erwarten. Die finanzielle Situation war in der Vergangenheit etwas unklar. Das deutet die Wolke drauf hin. Unklarheiten oder war nicht ganz in Ordnung, aber zur Zeit oder was jetzt in diesem Zeitraum wir erwarten können im Bereich Finanzen, verbessert sich. Entweder ein Gewinn oder wir bringen die Finanzen in Ordnung. Das heißt finanzielle Stabilität, finanzielle Verbesserung. Was sehr schön liegt, das ist die liebe Partnerschaft. Einen Gegenkommen, auf anderen zugehen, etwas unternehmen gemeinsam. Das zeigt an die Park an und die, die alleine sind, haben jetzt gute Chancen, jemand begegnen, jemand kennenlernen, aber sie sollen das auch in Bewegung setzen. Also nicht zu Hause sitzen und warten, sondern etwas unternehmen. Eine Reise zeigt die Karten an momentan Hindernisse. Das ist nicht der richtige Augenblick. Dann können wir mit einem Geschenk oder einer Einladung rechnen. Diese Einladung kommt zwar in die Tage, aber dieses Fest, wo wir eingeladen sind, wird erst in Wintermonaten sein. Kann auch natürlich die Feiertage sein, wie Weihnachten oder Silvester. Aber die Einladung ist schon unterwegs. Diese Orakel ist natürlich allgemein. Es besteht aber die Möglichkeit, die Karten für Sie persönlich auszulegen. Und das können Sie gerne buchen oder Sie können mich auch in meinem Hotline telefonisch erreichen. Die Kontaktdaten sind unten beschrieben. Und wenn es um eine Frage handelt, dann empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at. Denn dera Susanna Medici.com Sie beschreiben Ihre Lebenssituation und stellen Ihren Fragen. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Sie können auch wählen, soll ich das astrologisch beantworten? Dann brauche ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Oder soll ich die große Legung malen? Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.